Im heutigen Video zeige ich euch den Bau eines kleinen Schränkchens mit zwei Schiebetüren aus 12 mm Sperrholz, die Türen. Der Korpus wird aus 18 mm Leimholz Fichte und wie ich das mache, seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe mir keinen Plan dazu gezeichnet, der Korpus wird 20 cm tief, das ist die Breite der Platten, das Kesschen ist 80 cm breit, 40 cm hoch, Bekomme an der Front zwei Schiebetüren mit einem Loch, das man mit den Fingern aufschieben kann. Jetzt schneide ich mal alles zu und dann werden wir das Ganze zusammenbauen. Bleibt also dran. Die Türen Also wir haben jetzt mal die Teile für den Korpus und den Einlegerboden, leider kann ich die Löcher für den Einlegerboden jetzt nicht bohren, weil ich den Akkuschrauber zuhause vergessen habe, da kann man nichts machen. Ich zeichne mir aber jetzt trotzdem auf der Innenseite der Seitenteile an, wo hinten ist und wo oben ist und wo links und rechts ist. Das hilft mir später die Löcher für das Regalbrett links und rechts von der richtigen Richtung aus zu bohren, dass die auf der gleichen Höhe sind, exakt und nicht durch einen blöden Fehler, so wie sonst immer, versetzt. Was ich jetzt machen kann, sind die Ausschnitte an Boden und Deckel für die Schiebetüren. Ich verwende 12 mm Sperrholz für die Türen und aus diesem Grund werde ich die Nuten, wo die Türen dann drin laufen, ich mag es mal 12,1 breit, so gut es halt geht und schaue mir dann an, wie das drinnen läuft. Dazu zeichne ich mich auch jetzt wieder an hinten und unten und hinten und oben. Jetzt sollten wir mal Bleistift spitzen. Ich habe hier ein Muster, eine Restplatte von dem Schwerholz. Schaue mir jetzt mal an, wie das halbwegs gut ausschaut, wie viel Platz ich vorne lasse. Ich denke, das kann ruhig so sein. Das wären jetzt 9 mm circa, stellen wir das genau ein. 9 mm und 12 mm sind 21 mm. Das wäre jetzt schon die Breite der ersten Tür. Das schaut eigentlich recht gut aus. Und zwischen den Türen werde ich 2 mm Platz lassen. Das sind dann 23 mm. 23 mm und 12 mm sind 35 mm und ein bisschen was drauf. Das übertrage ich jetzt um die Ecke. Am zweiten Brett, am oberen, stelle ich mir nichts ein. Das fährt immer gleich in derselben Einstellung wie beim unteren Brett hintereinander über die Säge. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie tief wir diese Nuten machen. Das ist 18 mm Material. Auf der unteren Platte werde ich, das schaut überhaupt nicht gut aus. Auf der unteren Platte werde ich die Nuten 5 mm tief machen. 5 mm tief. Und auf der oberen Platte mache ich die Nuten 10 mm tief. Das erlaubt mir dann, die Schiebetüren beim Einhängen in die obere Nut einzufädeln. Nach hinten zu kippen und runter zu stellen in die untere Nut. Vielleicht macht es sogar 11 mm Sinn, dass man beim Einfädeln an der Unterkante etwas Spiel hat. Das bedeutet, ich muss mir das auf der oberen Platte auch anzeichnen. Sonst muss ich die Schnitttiefe der Säge bei jedem Schnitt umstellen. Das zeichne ich jetzt noch schnell an und dann sehen wir uns bei der Säge beim Nuten. Und dann können wir die Säge beim Nuten. So, jetzt geht es weiter. Man kann sagen, das passt ganz genau. So, der Einlegerboden darf jetzt natürlich nicht genauso tief sein wie Boden und Deckel. Der darf maximal bis zur hinteren Schiebertür gehen. Den habe ich jetzt zugeschnitten. Und jetzt zeichne ich mir auch gleich die Position der Lochreihen an. Hinten ist das Standardmaß, ich glaube 32 mm ist der Raster. Und vorne, am besten messen wir es, dass es auch gleich ist. Vorne 14,5 mm von hinten. Auf dieser Linie werden dann die Lochreihen gebohrt. So. 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 Als nächstes schneide ich den Falz an die Wände für die Rückwand. Die Rückwand ist 7,5 mm. Das ist so eine alte Platte, keine Ahnung woher. Das heißt der Falz wird 7,5 mm tief und ich werde ihn 1 cm in etwa breit machen, dass die Platte gut aufliegt und dass man sie auch verschrauben kann. Ich zeichne mir an wo der Falz hinkommt. In meinem Wahn schneide ich den sicher auf die falsche Seite, wenn ich es nicht markiert habe. So, da ist es logisch. Und da eigentlich auch. Und den schneide ich auf der Tischkreissäge. Oder ich säge den auf der Tischkreissäge. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass alle so bedacht drauf sind, sägen zu sagen, anstatt zu schneiden. Ja, was soll's. Ich sag halt schneiden. Und da muss man jetzt beachten, dass man die 7,5 mm für die Breite des Falzes bis zur linken Seite des Sägeblatts misst, da ja rechts der Anschlag ist. Macht man das nicht, wird er einfach zu breit. Jetzt versonsten wir wieder. So. Für messere Musik. Be early wird ihr einen kleinen duch. inflammation baut закон s равно nach. Oh, wie spicy herein Literat plugging? So holy mein sondern. Untertitelung. BR 2018 Ich habe die Brände jetzt innen geschliffen, wenn man so noch am besten die Möglichkeit hat. Jetzt kontrolliere ich nochmal, ob mir nichts fehlt, was ich nach dem Zusammenbau bereue. Es sind die Nuten für die Schiebetüren drin, es sind die Falze an allen vier Wänden drin und es sind die Löcher an den Seitenteilen für den Einlegeboden drin. Mehr kann es eigentlich nicht sein, dann bauen wir das Ganze zusammen. Sogen. 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 Das ist gut. Also winkelig ist es schon mal. 70,3 Spannung. Okay. Ich habe jetzt schon die Türen zugeschnitten und einmal drüber geschliffen. Da kommen jetzt Griffe drauf, einfach Holzleisten und die werden einfach übergeklebt. Okay. 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 Während das in Ruhe trocknet, werde ich den Korpusschleifer und den Einlegebotten. Ich habe den Korpusschleifer und den Korpusschleifer. Das war es wieder mit dem Projekt. Das Schiebetürkästchen ist fertig. Ist genauso geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Funktioniert super. Wird wahrscheinlich auch da hängen bleiben. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch etwas interessiert, spezielle Masse, Abmessungen, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video, Freitag, 18 Uhr, wie immer. Und jetzt noch ein kleiner Punkt in eigener Sache. Ich habe mir überlegt, meinen Kanal etwas zu erweitern. Das hat selbstverständlich keinen Einfluss auf die wöchentlichen Freitagsvideos. Die bleiben mit dem Thema Holzprojekte und Holzdinge erhalten, wie sie sind. Nur möchte ich bei Gelegenheit, wenn ich Lust dazu habe, auch andere Videos veröffentlichen. Wenn ich das mache, wird das Mittwoch, 18 Uhr sein. Ich werde das das erste Mal als Primäre ankündigen, damit es nicht untergeht. Und in diesem Video geht es rund ums Heimwerken generell, um Basteln, um Arbeiten im Haus und draußen im Garten. Alles Mögliche. Wird nicht allzu viel werden. Wird vielleicht maximal ein Video im Monat, wenn überhaupt. Aber ich möchte hier einen Platz schaffen für andere Themen, die ich einfach zeigen möchte. So, das war's. Wir sehen uns wieder, Freitag 18 Uhr. Wie gesagt, bis dahin. Tschau. Und! Truppe! Nein! Ist nicht unnötig. Vielleicht kann es ihn jemand ausrichten. Ich bin überzeugt, der schaut meinen Kanal nicht an. So, jetzt aber. Bis die Tage. Bis bald ab. Bis bald. Bis bald. До Не 20. Bis bald. Wfil!" Fimpl OMG! In Osten. In Osten. Bleib. Naasa. Naasa.